Hey guten Morgen! Ich bin früh aufgestanden und hab gleich den Wim Hofi probiert. Und es ist mein zweiter Tag. Und ich konnte meinen Atem schon einen Hut anhalten. Es war so, wow! Echt? Ist ja krass, Alter. Cool, ich wurde auch so ein bisschen schwummig, dann hab ich aufgehört. Auf jeden Fall muss ich sagen, dann bin ich losgefahren, nochmal hier voll durch diese bumpy roads und so, wie so durchgefahren. Und dann bin ich zum Strang gefahren. Dann hat es angefangen zu regnen. Also war ich dann total nass und saukig wet. Aber dann bin ich in Vietnam hergefahren, hab mir Frühstück geholt und hab jetzt meine Sachen gepackt. Und dann geht es gleich los. Es ist 20 vor 9, endlich ankommen am Südterminal. Und an diesem wasservollen Kambainwasserfall oder so. Dann bin ich an dieser Familie von Filipinos gegangen. Und der eine, der ist gerade erst in die Stadt gezogen. Mit dem treffe ich mich wieder ab. Und dann kommt, oh, es ist ein cooles schöner Zimmer. Also ich hab gesagt, ich lebe eins zum Essen und so. Und dann machen wir irgendwie Bilder. Also was auch so mal, Digga. Ich hab irgendwie ein bisschen Lust, Cebu von der schönen Seite kennenzulernen. Ab heute haben sie noch diesen Zeit. Da fahre ich Bonfrey ein Bier nach Malaparte gefahren. Und erst mal gleich zum Hotel noch schön unterkommen. Ziemalscher. Ziemalscher.